Willkommen zum Seminarschritte zur Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements. Hier erfahren Sie alles zu den Seminarinhalten. Die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements ist zu einem strategischen Schritt in Ihrer Unternehmensentwicklung erklärt worden. Sie haben die Aufgabe, sich um die nächsten Schritte zu kümmern. Welche Ziele sollte Ihr BGM verfolgen? Welche Kosten beinhaltet die Einführung eines BGM? Wie kommunizieren Sie die neuen BGM-Maßnahmen intern und extern? In diesem Seminar lernen Sie, die Ausgangssituation in Ihrem Unternehmen mithilfe geeigneter Instrumente zu analysieren und auf Basis der heraus resultierenden Ergebnisse zielführende Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit des BGM abzuleiten und durchzuführen. Nutzen Sie unser Expertenwissen für Ihr Weiterkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Buchen Sie Ihr Seminar einfach online unter ifm-business.de oder lassen Sie sich beraten. Wissen bewegt!